Könnte das Herztal sein. Das ist bewaldet. Und der Herzlaufbaum wächst doch. Gibt es einen besseren Ort, um ein Herzkristall zu finden? Es ist aber ein ziemlich weiter Weg. Wir sollten uns gleich in Bewegung setzen. Eine von uns ist schon in Bewegung. Kommt schon. Wiederholen Sie das nochmal. Sie wollen, dass ich eine von meinen Nachtranken abhacke? Nein, ich will, dass Sie etwas von der Nachtranke verbrennen. Das Haken ist dabei nur ein vorbereitender Schritt. Wir werden die Nachtranke weder zerhacken noch verbrennen. Wieso nicht? Sie ist aus unserer Heimat. Ich würde eher einen Teil von Ihnen nehmen, als irgendetwas von dieser wunderschönen Pflanze. Versuchen Sie es, Schmalzflieger. Bringen Sie mich nicht in Versuchung. Diese Insel ist voll von Bäumen. Widerlich kitschig, fruchtbare Bäume. Ah, bis aufhörlichst, nee. Wir sollen einen Baum verbrennen? Das ist genial, Bruder. Eine 1A-Krexlist. Ich kenne da einen Baum, der brennt länger und wärmer als alles andere auf dieser verdammten Insel. Er ist so wunderschön. Haken wir ihn um! Entschuldigung, wie sollte ich mich bedroht fühlen durch etwas, dem im Gesicht das Wort Liebe geschrieben steht. Lass es gehen, wir wollen nur Holz. Schwer. Wind kann ich ertragen und Kälte auch, aber beides zusammen, oh nein. Dafür brauche ich keine Übersetzung. Irgendjemand benötigt Hilfe. Na los, kümmern wir uns darum. War das der? Der Herzlaubbaum. Wieso tut jemand sowas? Das Einhorn der Herzen. Sie sagt, dieser Baum war ihr Heim und ihre einzige Futterquelle.